Geh, geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! Hey Leute! Geh wieder rein! Kommt zentral! Hey! 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 So, hast du gesehen? Wir haben gesagt, Knick machen! Einknie, einknicken! Es gibt Sonderregelung, so wie bei FG und Branden und Hanse damals, da gibt's da Sonderregelung. Ja, das ist ein ganz anderer Name. Ne? Bei Lund und Koga. Kann man mit ihm lange nicht so lange haben, bei H3. Abzeit! Links drauf. Da läuft schon da frei! Kommt doch nicht hier! Oh, noch? Hey! Elfmeter! Komm, wie er läuft! Komm, wie er läuft! Ja, komm, wie er läuft! Ja! 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 Dann hat er auch wieder einen schönen Plan zu tun! Abseits! Hey! H3! Geh doch mal rein! Wir haben ja alles von der Festlegung wiedergezogen! Weil Ramona, die alte Allianz... Fünf oder sechs Jahre wie lange... Entschuldigung! Festgehalten! 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 Jetzt haben wir das Leben! Aber gerade so eine langweilige Feier! Oh! Anni da Jahren! Jetzt kommt der Eintracht! Ich weiß nicht, wie machen das so richtig! Neuen Anschluss! Neuen Anschluss bei mir! Im Haus Reinigenland! Elektrik! Er steht doch genau auf Höhe! Cudi! Voll! Über 5-0 vor 1232! Es fehlt der Dreh. Tilo! Schock! Dreh, Dreh! Abdruck Tilo! Abdruck! Jawoll! Jawoll! Diesmal ist kein Abseits. Wir sind besser! Der Fett hier gell! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Wie lange bist du? Mitten oder nie? Ja, genau! Gack, genau! Gack, genau! Entschuldi! Ja? Ja? Aber jetzt siehst du genau drin! Jetzt geht den! Entschuldi! Komm weiter! Untertitelung des ZDF, 2020